ARD Text im Auftrag von Funk Wie sicher ist das denn? 98% Ich möchte ganz konkret wissen, was wir jetzt tun können Man kann das nicht beeinflussen Was machen wir denn jetzt? Dein Bruder ist schwer krank, wenn man macht die Natur solche Sachen Habt ihr eigentlich mal nur nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen? Was, wie redest du mit deiner Mutter darüber, aber nicht mit mir? Ist das deine Entscheidung oder unsere? WDR mediagroup GmbH